Hallo, herzlich willkommen zu Manuel im Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass wir eingeschaltet haben. Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Wie ihr seht, ist es ein goldener November. Und ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, hier sitze ich nun, oder stehe viel mehr, sitzen tue ich ja nicht. Ja. Das war einfach nur mega. Ja. Ich hoffe, dass es können, wie die hat euch gefallen. War ja auch ein Bombe-Video mal wieder, ne? Ich hoffe, ihr kriegt den Wind nicht so mit, Manuel am Abend, Freunde. Aber ich kann euch eins sagen. Es ist schön, dass ihr da seid. Ja. Das sieht man noch. Die Blätter so wieder austragen. Wie als wäre er noch, ja, gar kein Herbst gewesen. Als würde er jetzt erst kommen. Wenn du da guckst, ne, sind die Blätter schon alle abgefallen, wie ihr seht. So ist das, Manuel am Abend, Freunde. Sieht so nach Gewitter aus. Naja, Manuel am Abend, Freunde. Da auch überall Laub. Muss bald wieder Laub gehackt werden. Aber, Manuel am Abend, Freunde. Da tragen schon wieder Knospen aus. Ja. Weil es so warm war, denkt die Natur jetzt, es ist Frühling. Und, naja, ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Denn ich werde jetzt nach oben gehen, die Folge ausspielen. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder hier zum Manuel am Abend. Hier ab 19 Uhr. Da kann das Eichhörnchen wieder Nüsse sammeln. Damit es auch was zu fressen hat. Ja. Das war es jetzt mal wieder für heute hier von mir. Ja. Wir sehen uns. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.